Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schermans, vorrücken und angreifen! Der macht kein Lutz mehr! Wir sind wieder Einsatzbereit! Wir haben es geschafft! Die Panzerung hat gehalten! Die Panzerung hat gehalten! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tankliche Panzer näher an sich! Sherman-Panzer! Vorsicht, wir haben eine Panzer-Pause! Schuss hat gesetzt! Sie dürfen nicht zurückschießen! Wo kam das denn her? Sprengen Sie sich gefälligst an! Ich hab's gleich! Wir haben's geschafft! Da sind noch mehr! Durchhalten! Scheiße! Wie kommen Sie voran, Kerz? Eine Sekunde! Beständige Treffer! Treffer bestätig! Weiter so! So schnell es geht! Komm schon! 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 Stefan. Stefan geht gut. Vergewissert euch, dass noch alles funktioniert. Das hier ist noch nicht vorbei. Die werden sicher noch mal angreifen. Alle Mann auf ihre Positionen. Atellerie! Wir haben uns markiert in Deckung! Schnell! Zur Brücke, los! Wir können sie nicht mehr aufhalten! Verdammt! Verdammt! Was? Was? Was zur Hölle? Scheiße! Die Panzer umgibt nach! Nein! Nein, nein, nein! Scheiße! Die Panzer umbricht! Was für eine Panzer umbricht! Das ist ein geimpft! Wie hat die Panzer umbricht? Was ist das? Gertz, bringen Sie uns zur Brücke! Gertz, bringen Sie uns zur Brücke! Gertz, bringen Sie uns zur Brücke! Ach Gott, zieh dich doch um, Peter! Gott, steh uns bei! Alles, woran wir geglaubt haben, alles, was wir dafür getan haben, es ist vorbei! Nein, Gertz, komm, tu das nicht, Gertz! Peter, es ist vorbei! Er war ein Verräter! Gertz, Gertz! Ich weiß der Weihfreund, aber er ist desertiert! Gemeinsam sind die stärker, richtig? Die Schwachen überleben mich! Es waren auch ihre Worte, oder? Nein, siehst! War das nicht so? Just give up, dammit! Ich bin jetzt auf die Schickloch! 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 Nein! 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 Nein!